Hallo, hier ist Frances Herdes. Hier weht der Wind der Veränderung heute ganz ordentlich, denn ich zeige dir in diesem Video drei bewährte Wege, wie du dir deine innere und äußere, deine zeitliche und finanzielle Freiheit aufbauen kannst. Stell dir vor, wie schön es wäre, wenn du an den sonnigsten oder auch schneereichsten und schönsten Orten der Welt sein kannst, wann immer du möchtest, mit wem immer du möchtest, die Zeit genießen, so wie ich hier einen ganzen Monat über die Rauhnächte bis ins neue Jahr hinein. Stell dir vor, wie es sich anfühlen würde für dich, wenn du mit deinen Lieben die Zeit verbringen kannst, die du möchtest, tun kannst, was immer du möchtest, aufstehen kannst, wann immer du möchtest, diese innere und äußere Freiheit so richtig genießen, statt dass du auf die Uhr guckst, wann ist Feierabend, wann ist endlich wieder Wochenende, dass du deine Zeit vollkommen frei einteilen kannst. Dass du mit Gleichgesinnten zusammen an einem gemeinsamen Ziel arbeiten kannst und letztendlich eine bessere Welt erschaffen kannst, indem du den Menschen hilfst, dass sie ihr Wohlbefinden selbst in die Hand nehmen, dass sie die Wellness und genau wie du auch die zeitliche und finanzielle Freiheit genießen. Das ist das, was ich seit 14 Jahren den Menschen zeige. Und hier sind drei Wege, wie du das in diesem Jahr mit mir zusammen Schritt für Schritt umsetzen kannst. Weg Nummer eins für die innere Freiheit, denn die innere Weichenstellung ist enorm wichtig, um die äußere Fülle aufzubauen. In diesem Jahr leite ich eine spezielle Coaching-Gruppe durch das ganze Jahr hindurch. Wir machen spezielle Salbungsprotokolle mit ätherischen Ölen, wir machen Mindset-Arbeit, um alte Glaubenssätze zu transformieren, alte Erfahrungen aus der Kindheit bis hin zu Ahnen-Energien und kollektiven Energien. Dass du dich innerlich frei machst und die Weichen auf die volle Fülle und dein volles Potenzial einstellst, dass dir nichts mehr im Wege steht, kein Zweifel, kein dich klein machen oder ich weiß gar nicht, wie das geht, sondern dass du deine Flügel in diesem Jahr voll entfalten kannst, du selbst dein wahres Selbst sein kannst und dein Glücklichsein von innen heraus aktivierst. Das ist die duftende Emotionen-Jahrestransformation, die ich in diesem Jahr gestartet habe. Da bist du herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam deine inneren Weichen zu stellen und das ist auch die Vorbereitung für den zweiten Weg in deine finanzielle und zeitliche Freiheit. Ich leite auch in diesem Jahr, da gehe ich ins zehnte Jahr, wenn ich richtig gezählt habe, gebe ich auch in diesem Jahr die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dir mit der Kraft der ätherischen Öle dein eigenes Business aufbaust. Das kann ein Online-Business sein, wo du von zu Hause aus über Social Media neue Menschen findest, wo du lernst, wie du sie inspirierst. Und zwar das Geheimnis ist deine Motivation. Du musst nicht ein wandelndes Lexikon sein oder erst mal Aromatherapie studieren, um den Segen der ätherischen Öle weiterzugeben. Ich selbst habe vor 14 Jahren auch einfach direkt damit gestartet, sondern die Begeisterung ist das, was uns Menschen so richtig trägt, was uns so richtig bewegt. Und da zeige ich dir Schritt für Schritt auch die technischen Umsetzungen. Wie machst du das, dass du Gleichgesinnte findest, dass du neue Menschen findest? Wie machst du das, dass du goldene Beziehungen aufbaust? Und wie machst du das, dass du sie inspirierst? Sei es direkt vor Ort oder auch in deinem Online-Business. Ich selbst mache eine Mischung daraus, weil ich liebe das, mit Gleichgesinnten vor Ort zu sein und Vorträge zu machen und den Segen der Öle einfach direkt mit den Menschen zu teilen. Und ich liebe es auch, online präsent zu sein, so wie du jetzt auf meinem YouTube-Kanal oder Instagram oder Facebook oder LinkedIn dieses Video schaust und das ist wie mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin sprechen, macht richtig Spaß. Aber es gibt viele Wege, wie du dir dein eigenes Business aufbauen kannst. Sei es neben deinem Hauptberuf, Coaching oder Heilarbeit oder Bürojob. Du kannst die Fähigkeiten, die du hast und die Begeisterung, die du hast, um den Menschen zu helfen, ihr Wohlbefinden in die eigene Hand zu nehmen und genau wie du die innere und äußere Freiheit zu leben. Diese Begeisterung, die wird dich tragen. Und die Schritt-für-Schritt-Anleitung gebe ich dir in meinem 90-Tage-Aktionsplan-Coaching. Da stelle ich jetzt gerade die Gruppe zusammen und wir sind mitten im Abundance-Monat, wo die ersten Aktionsschritte umgesetzt werden und die innere Weichenstellung erfolgt. Wir machen dazu auch immer spezielle Transformationsprotokolle, um altes Gepäck, alte innere Handbremsen hinter dir zu lassen, dass du mit der vollen Wirkungskraft dein eigenes Business mit ätherischen Ölen aufbauen kannst. Es kann nebenbei sein, neben deinem Hauptjob. Es kann sein, du bist gerade Mama oder Papa geworden und möchtest mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen und nebenbei was Sinnvolles machen, während du ganz kleine zu Hause hast. Es kann sein, du suchst eine größere sinnvolle Aufgabe, die du machen kannst, die sich selber auch trägt, wo du die Hebelwirkung hast, dass du nicht täglich von einem Termin zum anderen gehen musst, sondern wo du dir tatsächlich die zeitliche Freiheit aufbaust, dass du dir aussuchen kannst, wann du arbeitest. Ich habe zum Beispiel einen Tagesrhythmus von zwei bis drei Stunden. Das würde ich dir auch empfehlen, wenn du dir ernsthaft dein eigenes Business aufbauen möchtest. Zwei bis drei Stunden konzentrierte Zeit. Dazu zählt für mich in diesen Wochen raus in die Sonne, Videos machen. Aber es gibt viele Wege, um da hinzukommen. Vielleicht liebst du es, Videos zu machen. Vielleicht möchtest du dir auch komplett neu eine Online-Präsenz aufbauen. Und das bringt uns zum dritten Weg, wie du in diesem Jahr deine zeitliche und finanzielle Freiheit aufbaust. Und zwar mache ich mit meinem Kollegen Aditya Novotny zusammen, jetzt seit mittlerweile über drei Jahren, machen wir die Marketingmeisterschaft und zeigen dir in 52 Modulen, also wirklich Schritt für Schritt, wie du dein eigenes Online-Business aufbauen kannst. Wenn du eine Praxis hast, wenn du ein Coaching-Business hast oder auch, wenn du dich selbstständig machen möchtest oder in deiner Selbstständigkeit deine Online-Präsenz ausbauen möchtest, da machen wir regelmäßig zu den Treffen, die wir jeweils dienstags haben, Mastermind und auch die Umsetzungsmodule. Dazu machen wir regelmäßig auch drei Tage Intensiv-Bootcamps, wo wir dann das eigene Buch umsetzen, wo du lernst, effektive Webinare zu geben, wo du lernst, dein erstes Quiz zu erstellen und auch viele weitere, die dir beständig neue Menschen bringen für dein Business, wo du lernst, wie du deine Marketing-Funnels aufbaust, dass du nicht alles von Hand machen musst, dass du nicht ständig mit deiner Zeit und Energie drin sein musst, sondern dass auch, wenn du am Strand bist oder schläfst, die Menschen zu dir finden und die Menschen zu deinen Angeboten kommen und kaufen und begeisterte Fans deiner Angebote werden und sie sogar weiterempfehlen. 52 Module, die dir die Grundlagen geben und die Umsetzungs-Bootcamps, die wir vier bis fünf Mal im Jahr machen, wo du so richtig intensiv dein Projekt umsetzt, sei es dein Buch oder dein erstes oder zehntes Webinar, sei es, du startest gerade ganz neu und lernst von der Pike auf, wie man das alles macht oder du verbesserst dein bisheriges Marketing in deiner Selbstständigkeit, in deinem Beruf und erreichst dadurch noch viel mehr Menschen und erreichst damit noch mehr Wirkung und Hebelwirkung, dass du nicht alles selbst machen musst, sondern dass du kraftvoll dein Online-Business mit den Coaching-Terminen oder mit den Präsenz-Terminen, die du von Herzen machen möchtest, kombinierst, ohne dass du den ganzen Tag am Drücker bist, den ganzen Tag in Terminen und gebunden. Das sind drei Wege, wie du in diesem Jahr deine innere und äußere zeitliche und finanzielle Freiheit aufbaust. Erstens kommen ins duftende Emotionen-Transformationsjahr, da gehen wir in 13 Monatsanwendungen die wichtigsten Anwendungen für deine innere Freiheit durch. Zweitens 90 Tage Aktionsplan, wie du dir dein eigenes Business mit ätherischen Ölen aufbaust und drittens die Marketingmeisterschaft, wo du von der Pike auflernst in 52 Modulen in wöchentlicher Betreuung, wie du dein eigenes Business startest, egal in welchem Bereich. Ich poste dir die Links unter diesem Video, sprich mich gerne an, wenn du mehr Details möchtest zu den einzelnen Wegen. Hier ist wirklich der Wind of Change, der Wind der Veränderung. Ich hoffe, du spürst es auch in diesem Jahr, dass du so richtig die Beine in die Hand nimmst. Gleichzeitig gelassen und wirkungsvoll bist und dein eigenes Business, deine volle innere und äußere zeitliche und finanzielle Freiheit in diesem Jahr startest, in diesem Jahr konsolidierst und enorm multiplizierst. Dabei helfe ich dir gerne, sprich mich gerne an und ich schicke dir die ganzen Details dazu und wenn du möchtest, können wir auch sprechen und finden gemeinsam heraus, passt das, passt das nicht, was ist für dich der beste Weg und was sind für dich die nächsten effektiven Schritte, um in diesem Jahr diese Freiheit voll zu leben. Auf deine innere und äußere Freiheit freue mich schon drauf, dir da den Weg zu zeigen, dich an die Hand zu nehmen und dich so richtig rauszuschicken in die Welt, dass du deine volle Wirkkraft, deine volle Freude, deine größere Aufgabe und dein volles Erfülltsein erlebst. Alles Liebe, Prinzessin Herdes und ich freue mich schon mit dir zu sprechen.